. Bitte in 400 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen, dann links fahren, in Richtung Venezia. Jetzt links fahren. Bitte in 200 Metern rechts fahren in Richtung Venezia. Jetzt rechts fahren. Achtung! Windel Windel Windeln Windel Achtung! 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 Bitte in 700 Metern links fahren in Richtung Venezia! 1,5 km Jetzt links fahren. Bitte dem Straßenverlauf fünf Kilometer folgen. Achtung! Glockenze Achtung! Gefahrenstelle! Blitzkirch. Achtung! Gefahrenstelle! Fertig! Sollte 1,5 km Kaffee Bitte in 300 Metern halbrechts abbiegen in Richtung Venezia. Jetzt halbrechts abbiegen. Bitte in 200 Metern halbrechts abbiegen in die Straße Thron-Keto. Jetzt halbrechts abbiegen. Bitte in 100 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Straße Thron-Keto. Jetzt halbrechts abbiegen. Jetzt halbrechts abbiegen. An der kleinen. Jetzt halbrechen wir ein. Jetzt halbrechen wir den Kreisverkehr. Vielen Dank.